Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das Vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Boah! Dann könnten wir im Duo spielen. Ja, ich meine natürlich meinen guten Kumpel Sunny. Der wäre dann mit dabei. Ja, der und kein anderer. Mal so eine Frage. Wie groß ist diese Karte? Kann ich das irgendwie sehen? Ich habe gerade mal 1%. Also ich werde lange an dem Spiel was haben. Schließe den Abschnitt ab. Rette die versteckten Woldies. Es gibt Missionen zu den Gebieten. Ich bin in der Woldeldee-Stadt, wo nix passiert. Okay. Okay. So, jetzt habe ich alles gemacht, was ich eben kurz machen wollte. Ich habe kurz bei Twitch den Titel geändert. Urbane Graslande. Ich bin bereit, euch wegzubomben. Habt ihr gedacht, ich scherze? Nein. Wenn ich sage, ich bombe euch weg, dann bombe ich euch weg. Muahaha. Warte mal, ich will jetzt ausprobieren. Ich habe ja immer noch Amiibos hier rumfliegen. Auto, ich will dich nutzen. Keine Ahnung, was das bringt. Bringe 5 Tulpen zum Blühen. Okay. Die Bombenpower lege ich mal ab. Ich gucke natürlich, ob hier noch weitere Tulpen irgendwo rumstehen. Also jedes Level hat verschiedene Missionen. Ich gehe zumindest davon aus, verschiedene. Ich habe noch nix zu diesem Spiel gesehen. Außer dem Trailer. Den die Nintendo selbst rausgehauen hat. Ihr Hasen seid nix. Aua. Komm her. Ach, ich liebe Kirby. Und ich hoffe, ich habe ihn hier auch. Los, Hase, fangen! Halleluja. Das kann... Also das konnte der frühe noch nicht, der Bomberang. Zack. Ich will einmal damit treffen. Okay. Komm, ich will damit mal treffen. Bitte. Okay, das haut richtig hart rein. Richtig nice. Ich habe einen Kuchen. Toll vergefunden. Ja. Also es gibt wirklich Secrets. Geht kaputt. Oh. Vollstopfen. Automatenstopfer. Ich habe Dosen zum Schießen. Mwahaha. Jetzt ist es an der Zeit zu ballern. Mwahaha. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich bin nämlich der Kirby-Automat. Tut mir leid, aber Leute, heute bin ich ausverkauft. Ich lasse den Automaten mal kurz hier zurück. Ich werde hoch. Weil hier ist doch bestimmt was für mich. Was ist das? Was habe ich da eingesammelt? Ich wäre auch hier nicht hochgekommen. Boah, hat das Power. Ich konnte mir übrigens nur denken, dass der auf mich zustimmt. Ich wusste es nicht. Ich habe noch ein paar Tulpen zu finden. Oh, Kirby hat mir in die Kamera gewinkt. Ich wink's zurück. Auch wenn es ein bisschen spät war. Aua. Oh, da war eine Beere drin. Nein. Aus. Böse. Ich vergesse immer wieder, wie die einzelnen Gegner heißen. So. Die habe ich mal unschädlich gemacht. Dasselbe mache ich natürlich damit. Haha. Ich weiß, wie man Kanonen austräckst. Oh, ein Verkehrshütchen. Ich sage, ihr kommt hier nicht vorbei. Was ist denn das für eine komische Fähigkeit? Pieks. Pieks. Ich habe die Mülltonne aufgepiekst. Oh, da ist was im Boden. Pieks. Ich komme nicht mehr raus, oder? Doch. Schade, dass diese Megafähigkeiten wie die hier nur eine einzige Fähigkeit haben. Also, bisher zumindest. Vielleicht kommt da ja noch was. Pieks. Ich pieks euch einfach weg. Das ist eine Tulpe. Ah, ich habe euch ausgechießt. Mwahaha. Ihr könnt mir gar nichts. Oh, ich weiß, was ich tue. Wui. Wie lange mir das heraussprudende Wasser auf den Balkon. Ich hatte eigentlich nur Spaß. Ich muss nochmal da hoch. Aua. Schade. Hätte ja klappen können. So, die ist mal vorsichtig. Ja, ich habe wieder so eine komische Kapsel. Äh, warte mal. Zerstöre den Rollladen des Gebäudes. Bringe fünf Tulpen zum Blumen. Rette die Versteckten. Ah. Nur noch zwei Tulpen. Waddledees und natürlich Level abschließen. Dann habe ich alle Missionen geschafft. Ich wüsste gern, wozu dieses Geld hier in dem Spiel nötig ist. Waddledee! Ich komme! Wenn ich schon die Auswahl kriege. Lass ich den Zufall entscheiden. Ich wollte beides nur versuchen, gleichzeitig einzusaugen. Und es hat sich nur für die Bomben entschieden. Oh, der Schwertgrubian. Nein. Aus, Böse. Ha! Ich bin besser als du. Mwahaha! Fisch meine Bomben! Besiegt! Komm her, mein Essen! Rottel-D wurde gerettet. Also Rottel-D eins. Es sind offenbar drei. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, Leute. Und ich halte weiter auch schon nach eventuellen Tulpen. Zack! Ich halte mal ein bisschen was vor uns. Auch! Ich hätt' gern mein Schwert zurück. Okay. bei mir essen was ist denn das was zum vollstopfen ich hab's geöffnet aber wurde die drin zwei gerettet so versteckt sind die gar nicht oh gott bei dir muss ich wahrscheinlich dieses peaks ding haben ja ich mach dir schildkröte sonst keinen schaden weg da wo ist es jetzt piekst ich dich weg wenn ihr seien ja auch in der lucht man ja da war ein model die drin ich habe jetzt schon richtig viel spaß jetzt wird nur noch eine tulpe war hier sonst noch irgendwas zum graben ich gucke bevor ich es vergesse ne los hütchen kirby erkunden wir die welt da hat es geleuchtet also habe ich mal reingepiekst so noch gucken nee ich glaube ansonsten war hier nichts so tschüss es gibt keine springtaste ne will ich mal an der stelle erwähnen wie mach ich denn das kaputt warte dafür brauche ich doch bestimmt auch das piekste ding oder ah ne man kommt hier von der seite glaube ich rein nee ich muss das glas zerstören ich hole mir kurz das fütchen nochmal das ich ganz hinten abgelegt habe vielleicht kann ich mich ja damit dadurch pieksen lauf kirby lauf nope ich komme nicht durch aber ich nehme es mal mit klappt nicht es ist ein weg es ist runtergerannt das war tulpe nummer fünf jetzt muss ich das level nur noch abschließen eigentlich ja ich brauche den sowieso also ich werde sowieso nochmal zurückgekommen kriegst mich nicht ach du kacke mhm lecker ne ouch mhm lecker nice komm guten appetit wohl bekommst das war's das war's für dich gesiegt gesiegt da sind noch mehr waddle deez ich komme hä ach so das ist die wasserfontäne und drei weitere holen die ist gerettet ja alle missionen geschafft ja ach das sind figürchen die man sammeln kann so was ist figur nummer zwei ramse und sharp neigt ich bin gut hilfe prozent war jetzt ein level das will ich wissen neun waddle deez wurden gerettet oh ich hab sammlungen verfügbar ein level ist ein prozent und es gibt 79 figürchen zu sammeln sind die waddle deez jetzt hier in der waddle deez stadt das würde mich interessieren ja anscheinend und man scheint mit verschiedenen waddle deez auch mal was frei neugebäude kriegt dadurch und zusätzliche ressourcen und da kann ich mir wahrscheinlich cut scenes angucken na erzählst du jetzt immer noch hier vom mehrspieler modus ne ja das auto war halt sehr lecker kann man sich viel verdenken wenn ich das auto einfach fresse äh ein moment leute ich frag mich mal ganz kurz auf die andere seite weil er scheint auf der linken seite manchmal zu reden die reden nicht mit mir einsaugen kann ich sie auch nicht meiste das sind freunde scheinig warum willst du sie einsaugen bisher haben sie noch gar nichts aufgebaut oder 50 werden gebraucht was brauchten überhaupt das erste hier gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr als das bisschen was ist denn da eine münze die für wer weiß was ist okay das erste etwas kriegt man mit 50 waldies es heißt das kann dauern ja leute das war's mit dem heutigen part ich hoffe ihr hattet spaß mit zusehen wenn ja ein abo und ein like da lassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss tschüss